Hallo meine Lieben, ich bin Manngan. Ich bin ab sofort auch in YouTube für meine ganze 2000 Abonnenten da. Ich hoffe, euch gefällt meine ganze Arbeit, die ich für euch natürlich zauber. Ab sofort könnt ihr mir auch helfen, in YouTube über 2000 und noch mehr Abonnenten zu schaffen. Ich werde dieses Jahr in 2017 für euch, für meine Abonnenten, alle Neuigkeiten im Bereich Haarstyling, Haarkoloration und Haarschnitte präsentieren. Nur für euch. Ich hoffe, ihr seid mit mir und ihr liked meine Seite. Danke meine Lieben.